So, Download ist da, Download ist da, Download ist da. Jetzt mache ich nur noch den Spaß aktiv. Also startet alle vielleicht einfach mal eure Playstation neu. Vielleicht hilft es ja. Ich starte noch mal neu bei mir, weil das viel langsamer kann es ja nicht gehen. Vielleicht fängt sich dann die Geschwindigkeit. Ich habe keinen Bock jetzt hier noch eine Stunde zu warten, bis ich endlich zocken kann. Also der Download wird bei mir schnell gehen. Dieses Vorbereiten, weiß ich nicht, was das soll. Das war früher, wo die Playstation rauskam. War dieser ganze Vorbereitungsblödsinn nicht. Ja, ich habe irgendwie Erfahrung damit, einfach mal neu zu starten. Irgendwie habe ich damit ganz gute Erfahrungen. Hätte ich natürlich erst mal, um Zeit zu sparen, testen können. Da hast du natürlich völlig recht. Jetzt sind wir noch bei 17%. Wie dämlich ist das denn? Wenn du im Zweifelsfall einfach noch Blatthorn dabei hast, dann machst du sie alle kalt. Mose will man mitдерж anregeln. Ja, ich bin still nie. Ja! 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 Und wo? Ja! Ich habe. guise! Kannst du mal aufhören? Ups, es stoppt, das sind Flächerliche zu ziehen. Wo bin ich denn gelanget? Ja. Hallo da. Boah, da ist die Wammen. Irgendeiner hat ein Knockdown-Schild von euch. Ein Goldnis. Ich hole das Bein, ich hole da runter. So ein Low-Shot-Druck ist unnormal. Fang nicht wieder an rumzuflangen. Wir brauchen keinen, der danach rumflängt, warum es gescheitert ist. Das haben wir alles schon mal gehabt. Solche Teammates wollen wir hier nicht mehr. Alter, die Drohne ist frech. Alter, die Drohne ist frech. Ah, ich hatte die Drohne ist scheiße. No! God! No! God! Please no! 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 Oh! No! What? You are already dead. ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt habe ich schön den Krypto in die Fresse gerotzt. Da ist er wieder. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Season 3 Apex Legends Livestream. Ich bin heute mit meinen Teammates Max und Schweini unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was reißen, ein bisschen konzentrierter spielen als Dienstag, wo die Season 3 gestartet ist. Ja, das war's. Ein bisschen konzentrierter spielen als Dienstag, wo die Season 3 gestartet ist. Keine Ahnung, da mache ich mal Facecam rein. Nein. Verlieben sich die ganzen kleinen 14-Jährigen, das können wir nicht machen. Weil du so ein Babyface hast, du hast so ein niedliches Babyface, das können wir nicht machen. Und die ganzen Kerle hier werden schwul, das können wir auch nicht machen. Dann muss ich irgendwelche Videos über Fingernägel machen und so ein Blödsinn. Nee, das machen wir mal lieber nicht. So wie's Beauty-Tipps. Ja, war gut. So, Konzentration jetzt. Hallo, meine Lieben. Ich hab'n neuen Nagellack für euch. Schaut mal, Camouflage. Das ist so toll. Und mein Lipgloss. Ich raste aus. Schrafenst du jetzt mal oder was? Ach, ich bin Jumpmaster. Bei mir ist alles auf Englisch, ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ja, Jumpmaster ist schon Englisch. Und denk dran, Schweine, du hörst mich. Wir beruhigen uns und konzentrieren uns aufs Spiel. Und kein Bullshit-Talk jetzt die ganze Zeit. Wir haben Dienstag. Danke. Heute ist Donnerstag, aber kopfvoll. Ich hab' gesagt, von wie Dienstag. Ach so. Dienstag hab' ich gestreamt. Meine Eltern sind Geschwister. Wenn du schon so dumm dein Maul aufreißt, dann hab' bitte Ahnung. Es sinkt für Sie das Niveau. Hallo, Max. Hallo, Alexander. Ich finde es etwas unfair von dir, dass du bereits mit einem negativen Vorurteil mich einlädst. Du, ich kenne dich, Alter. Ich kenne dich zu gut. Du kommst online und schreist erst mal in das Headset, bis du Teenages auf allen Seiten kriegst. Hab' ich geschrien? Ich finde es auch übrigens unhöflich von dir. Oh, Leute, ich dachte, kein Bullshit-Talk wie am Dienstag. Hallo. Ich finde es auch etwas unhöflich von dir, dass du meinen Monolog unterbrichst. Entschuldigung, dein Monolog darf jetzt nochmal von vorne beginnen. Action. Achtung, es spricht für Sie Schweini. Mein Stab, warum ist ein Kreis? Hallo, Tobias. Hallo, Max. Nummer 6. Alter, Max, unterbricht doch Schweini nicht. Max, bitte. Ich finde es auch sehr unhöflich von dir, dass du mich bei meinem Monolog unterbrichst. Hallo, ich bin aber nicht Max. Herr Caspar, ich finde es echt traurig von Ihnen, dass Sie quasi bereits mit einem Vorurteil mich in Ihren Stream einladen. Dass Sie gleich davon ausgehen, dass ich einen negativen Einfluss verbal auf Ihren Stream ausüben werde. Ich wünsche mir doch etwas positiven Eindruck zu hinterlassen. Ihrer Seite natürlich. In dem Sinne, ein freundliches Gut-Kick in die Runde. Gut-Kick. Erstmal ein herzliches Gut-Kick in die Runde. Oh, cool. Nur, dass du es sagst. Ich würde gerne mal... Alter, was ist das? Wisst ihr, was das Gute an Rauchern ist? Die haben von allen immer zwei Sachen, deswegen habe ich auch zwei Penisse. Ja, ist nicht schlecht. Alter, ohne Mist, was ist mit ihm los? Warum schäumt das jetzt so? William, 35, Shakespeare. Sorry, aber der war geil. Tobis Niveau, Alter. Das ist mein Niveau. Richtig dumm. Der war hier gut. Hey, benehmt euch. Es ist nicht witzig. Wie nennt man das, wenn drei einarmige Poker spielen? Mission Impossible. Versteht ihr? Ja, Mission Impossible. Ne, komm, Schweine, du verstehst den einfach nicht. Nein. Mission nicht möglich. Einarmig mischen. Feuerte. Jetzt hat das... Max, ich muss dazu sagen, Schweine lacht über den Witz immer dreimal. Das erste Mal, wenn du ihn erzählst. Das zweite Mal, wenn du ihn erklärst. Und das dritte Mal, wenn du ihn erklärt hast. Also, wenn du ihn verstanden hast, genau. Scheiße, Papa, was ist eine Transe? Frag Mama, der weiß das. Jetzt muss ich die Kontrolle da kurz befallen lassen. Scheiße. Der ist gut. Ey, auch der war nicht witzig. Das klingt auch hinter mir. Auf der anderen Seite ist einer. Hier bei mir, hier unten. Um auf dem Dach. Hab ihn. Noch einer, oder? Wie gesagt, jetzt auch. Ja, komm, wir machen das schon. Oh, Airstrike. Ja, wunderbar, ich habe eine Pause. Oh, Schweine gehabt. Danke. Danke. Alter. Einen habe ich. der ist fast down warte mal, ich muss das nochmal weg ja guck, der ist hier oh, ich schieße die ganze Zeit vor deine Flöße ich weiß, da kommt doch jemand da kommt doch das Wort ich hänge im Gas warte, ich hole jetzt Max ich kletter mal aufs Dach da schießen schon den nächsten oh, kann der sich mal verpissen ich bin down man, diese Penner oh, fuck ich wollte einfach nur eine Schildzelle rausziehen oh, bei mir auch dann hab ich da kommt ja wohl die Aderung da hab ich da hat der Aderung ja, halt dann hab ich hab ich warte mal, ich muss noch kurz das das Phoenix Kit oh, ich komm mit ich werde verfolgt scheiße da stehen einen hab ich ich kann nichts machen ich muss mir erst mal heilen ah, nein die passt aus ja, ich bin ja, ich bin die Aderung 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 Meine Munition war alle, ich hab nichts mehr gehabt, ey. Fuck, aber geiler Fight. Alter, Chris, schick mir keine Sprachnachricht, wenn ich streame, du Knaller. Und dann sich beschweren wir nur zu hören ist. Und kann das sein, dass deine Bildschirmeinstellungen ein bisschen falsch sind? Weil ich hab gerade erst gesehen, oben so einen schwarzen Balken, äh, bei 60 und neunweißen was hohes Balken ist. Und die da in deinen Bildschirmen sitzen auch nicht mehr so ein bisschen schwarzen Balken. Du wolltest nicht mehr mit Lifeline spielen. Ach, alles cool. Entschuldigung. Bla, bla, bla. Ich hab's korrigiert. Chris, danke für den Tipp. Ja, um 22 Uhr. Ja. Max, Max, warte mal, äh, push nicht allein. Das ist... Und da. Super. Alter, was los? Jo. Ja. Hab ich. Ach, das war dein 1st Strike. Mach doch nicht sowas. lande bitte du Affenkopf was für'n Spacken ich bin raus, ich bin wieder taus ich bin raus ich bin aber so richtig raus ich hab alle drei, alle drei zu Summon der Move muss auf jeden Fall eine Best-of keine Ahnung